Ein Benefizkonzert mit dem örtlichen Chor Khababana in der Kümersbrucker Wolfgangskirche im Landkreis Amberg-Sulzbach. Viele Monate lang einstudiert für einen Projektchor des ugandischen Kirchenmusikers Joseph Vosva. Zusammen mit Weggefährten aus der Oberpfalz, die sich zu dem Förderverein FMK zusammengeschlossen haben, hat der Afrikaner eine Vision. Wir wollen sozusagen die Kinder in Afrika unterstützen. Durch die Musik kann man solche Sachen schaffen, weil Musik hat eine besondere Kraft. Wir wollen eine Schule für Kinder in Uganda aufbauen, damit die auch eine Chance zur Bildung haben. Denn ohne Bildung keine Entwicklung, glaubt Vosva. Er überzeugte die Oberpfälzer, diese kleine Musik- und Sprachenschule in seiner Heimatstadt Masaka im Süden Ugandas zu unterstützen. Aufgenommen werden unter anderem Straßenkinder und Waisen. Unser Hauptziel ist es, Musik zu unterrichten und Kunst, insbesondere für benachteiligte Kinder, aber auch für Erwachsene. 260 Schüler werden derzeit unterrichtet. Die Oberpfalzer unterstützen das finanziell, aber auch durch Mithilfe. So wie die Praktikantin Nora Fleck. Sie hat daheim in der Oberpfalz eines der Konzerte mit dem Gastauftritt ugandischer Kinder gehört und sofort gesagt, da muss ich hin. Ich finde das so cool. Ich spiele ja auch selber Klavier und damit kann ich dann hier vielleicht was beitragen. Dann habe ich mit Joseph geredet, mit seiner Ehefrau. Und die meinten dann mit meinem Business-Hintergrund, weil ich studiere BWL, könnte ich ja auch helfen, um das Ganze, den Businessplan zu machen, die Budgetierung. Und ich fühle mich hier total richtig. Also ich bin so froh, herzukommen und gekommen zu sein. Beim Klavierunterricht stößt Nora manchmal auf Kinder, die zwar die Theorie kennen, aber nie zuvor ein Klavier angefasst hatten. Dann gehen wir da hin mit dem Keyboard und fangen an zu spielen. Die Kinder sind mega begeistert. Erstmal klicken sie darauf rum und dann wird keine Ahnung, da kommt so ein Ton raus. Das ist dann natürlich sofort ein tolles, tolles Gefühl. Und dann fange ich an, es ihnen eben beizubringen. Und das ist so meine Hauptaufgabe, der Vierunterricht. Aber Deutschunterricht gebe ich auch. Die Schüler fühlen sich sichtlich mehr als wohl in der Schule. Doch die Leitung hat mit Problemen zu kämpfen. Wir haben nicht genügend Instrumente, denn wir haben so viele Kinder und die müssen sich die Instrumente teilen. Eine Gruppe von zehn Kindern mit nur zwei Instrumenten zu unterrichten, ist sehr schwierig für den Lehrer. Und jetzt haben wir über 200 Schüler und alle wollen Musik studieren. Wir haben Probleme mit den Instrumenten, aber wir haben auch zu wenig Musiklehrer. Die meisten leben in Kampala und so haben wir hier nur wenige. Hinzu kommt, dass die Schule aus allen Nähten platzt. Deswegen setzen Nabukenia Fidelis und die vielen ehrenamtlichen Helfer auf den geplanten Neubau einer großen internationalen Schule für Musik, Sprachen und Studioproduktionen IMLS. Für diesen Bau wird derzeit in der Oberpfalz unentweckt Geld gesammelt. Zum Beispiel durch Benefizkonzerte wie hier in Kümersbruck. Alle Mitwirkenden arbeiten ehrenamtlich. Das ist insgesamt eine Völkerverständigung. Völkerverständigung, aber auch direkte Hilfe für die Bevölkerung. Uganda zählt noch immer zu den ärmsten Ländern der Welt. Besonders betroffen von der Armut, die Kinder. So wie die Schüler der Musikschule in Masaka. Diese Kinder hier haben wenig Perspektiven leider, haben zum Teil ihre Eltern verloren an Aids. Auch die Kinder in den Schulen haben, wenn man hier durch die Straßen fährt, das ist einfach ein wahnsinniges armes Gebiet, armes Land. In dieser Gegend hier ist eine wahnsinnig hohe Aids-Rate. Zwar ist die in Uganda generell nicht so hoch, aber in der Gegend hier ziemlich hoch. Und Musik ist was, was verbindet. Musik ist was, was Freude schenkt. Musik ist was, wenn man da Erfolge hat, will man noch mehr Erfolge haben in der Schule, im Job. Dance for Jesus. Dance for Jesus. Musik als Chance zur Entwicklung eines ganzen Landes. Das hat ja auch Joseph Waswar gesagt. Deshalb ermuntern er und auch die Volontiers vor Ort, alle Oberpfälte zu spenden und zu helfen. Diese Freude, die man den Kindern schenken kann und dieses gemeinsame Gefühl, ist unbezahlbar. Und deswegen sollte man da wirklich vielleicht sogar mal selber herkommen, sich das anschauen. Also ich bin ein großer Fan von der Gesellschaft. Musik Woohoo!